Hier präsentieren wir die 5 beste Reisebogues Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Fiesta Sky Canva Reisebogues. Dank des innovativen Faltsystems faltet jemand den Fiesta Sky Convenience in wenigen Sekunden. Die zusammengeklappte Dimension ist so winzig, dass diese Version in praktisch jede Art von Kofferraum passt. Trotz der großen Kinder, kann der Kinderwagen sowie Buggy in einem Vorzugsweise auf ihre Anforderungen angepasst werden. Diese besteht, um nur einige Dinge zu nennen, aus der Modifikation der gewünschten Liege, Sitz- und Zwischenplatzierungen. Darüber hinaus nutzt der Fußbereich zwei verschiedene Einstellungen, um auch hier Gerechtigkeit zu schaffen. Unter Berufung auf die Wetterbedingungen bestehen, ein Regenschutzfilm sowie ein Insektenschutznetz und auch Fußmuffel. Auf der Unterseite des Reisebogues befindet sich zusätzlich ein Bereich für Handgepäck. Der Korb ist speziell geräumig. Nummer 4. Ionello Anett Buggy Ionello Anett Stroller Buggy Anett ist ein Buggy, der dank der EVA Schaumräder mit jeder Art von Oberfläche umgehen kann. Alle Fahrräder sind mit effektiven Stoßdämpfern ausgestattet, die die Resonanzen auf nahe zu Null reduzieren. Die sicherheitsrelevanten Highlights bestehen aus dem 5-Punkt-Riemensystem sowie der Easy-Quit-Bremse. Die Dachdeckung ist größer und länger als andere Konstruktionen, was Kinder nicht nur viel besser vor Wind, Regen und auch Sonnenlicht schützt, sondern auch mehr Platz bietet. Mit dem klaren Fenster können Sie jederzeit sehen, ob das Kind etwas verpasst. Dank der Möglichkeit, die Rückenlehne komplett horizontal zu platzieren, eignet sich Anett für Jugendliche aus den ersten Lebenstagen. Die starke und dennoch leichte Struktur des Wagens garantiert Sicherheit und Belastbarkeit auch bei umfangreicher Nutzung. Die Bremse an der Hinterachse ist komfortabel und auch schnell mit nur einem Fuß betätigt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Hawk Buggy Sport mit Liegefunktion Der Hawk Kinderwagen ist auffällig und liefert eine schöne Farbmischung mit X-Tango sowie Rot. Die Version begeistert ebenfalls mit ihrem Leichtgewicht und ihrer Bewegungsfähigkeit. Eltern drücken einfach den Buggy der Kinder mit einer Hand und lassen auch alles kleine Ding kontrollieren. Sie können die Fußstütze und auch die Liegeplatzierung auf dem Multifunktions-Kinderwagen in mehreren Stufen nachjustieren sowie bei Bedarf ein Sonnendeck ausklappen. Dies hat sogar UV-Sicherheit, um die Haut des Kindes vor starke Sonneneinstrahlung zu schützen. Ein Seedband und eine zusätzliche Halterung auf der Vorderseite sorgen für Sicherheit. Das Fallenfall ist daher schwierig. Ob im Auto, Flugzeug oder Zug, mit dem Hawk Kinderwagen haben, Eltern jederzeit alles im Griff. Nummer 2. Safety 1ST Babs Buggy mit Sonnenverdeck Dank seiner tragbaren Dimension sowie reduziertem Gewicht ist dieser Reisebügel von Safety & Security 1ST auf Amazon wirklich vielseitig einsetzbar. Auch Personen mit wenig Kraft können dieses Modell schnell herumschleppen oder in einen Kofferraum laden. Das Gewicht dieses Kinderwagens beträgt nur 4,5 Kilo. An warmen Sommertagen mit viel Sonne erhalten die Jugendlichen Dauerschatten, der durch das Sonnendeck an der Spitze sicher ist. Zusätzlich kommen gefederte Vorderräder aus Bremsen zum Einsatz und garantieren somit optimalen Komfort. Auch in begrenzten Räumen können Eltern den Security First Traveling Buggy ohne Probleme manövrieren, da er rotierende Vorderräder hat. Und die Nummer 1 unserer Liste, Sonaren leicht Kinderwagen. Von Geburt an kann der kleine Nachwuchs in diesem leichten Kinderwagen und auch mit dem Buggy des Lieferanten Sonaren untergebracht werden. Trotzdem muss das Körpergewicht von 15 Kilo nie darüber hinaus gehen. Der Rahmen besteht aus einer stabilen Leichtmetalllegierung und zusätzlich ist ein 5-Punkt-Sicherheitsgurt enthalten. Daher hat das Kind ständig einen sicheren Halt. In einfach ein paar grundlegenden Aktionen kann die Post einen normalen Kinderwagen mit einem Ruhekorb ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass die Kleinen innerhalb weniger Minuten schlafen können. Als Vorteil gibt es eine Stauraumtasche, die sich im reduzierten Bereich befindet. Es gibt einen Bereich für Artikel wie Getränkeflaschen, Handtücher und soweit für mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal!